hallo und willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown daily shop news und combo masteries mit mir dem herrn gleich ja wir schauen hier wieder in mamas halt modisch geheimliche tolle rein da haben wir die mythic lila am start dann sind wir hier schon gleich als allernächstes in der evening beer tire box das video dazu verlinke ich am ende wieder wie immer hier haben wir evening beer day beer tasting lois griffin francine smith larp bartender's not dinner date front bier funnel peter oder guckt einfach um die ecke da müsste es jetzt mal so auch verlinkt sein hier die ganzen combo masteries dazu wen es genauer interessiert das gleiche mit der whisky bartender box teil box mit beer tasting whisky bartender francine smith thunder cocktails bier festival klaus heisler und diesen ganzen kombos hier auch dazu link oben rechts in der ecke und am ende des videos so dann haben wir hier den das mythic peter pack mit baby bender bier festival bartenders not hang kill oktoberfest amy dem mythic peter und oktoberfest lila auch eine interessante box auf jeden fall und dann sind wir auch schon in der daily combo mastery angelangt dann haben wir hier als allererstes den roger in disguise den schauen wir uns jetzt gleich mal an roger in disguise so ähm das ist dieser hier mit einem roger und rogers kleiderschrank das ganze können wir ja auch gleich schon mal maxen können wir mal schauen kommt da was raus hier mit blutsauger angriffspunkte gespielt wird und schild und dann gibt es das ganze hier noch mal in der mythic version ja meiner meinung nach lohnt es ist nicht da jetzt 500 gems rein zu investieren aber das muss jeder für sich selber wissen also ich mache es nicht und ich würde es auch nicht tun selbst wenn ich sie hätte so dann hätten wir den bluegrass hank hier mit hank hill und mit der fahrtschule also für mit der furzschule für hochbegabte auch hier wiederum relativ uninteressant das ding können wir gleich wieder weg klicken so auch dafür sind 500 einfach zu viel draw me gene nächste combo die wir uns genauer anschauen werden das ist diese da draw me gene mit einem eugene belcher den kann ich eigentlich jetzt gleich schon maxen dann gucken wir mal da unten rein was da passiert und dann haben wir auf der rechten seite cripple und also lämen und gas und kriegst angriffspunkte da sind die werte natürlich schon richtig gut muss ich sagen also wir sind jeweils im 20er bereich auch bei der lebensanzahl natürlich bei 63 leben und da lohnen sich zehn prozent auf jeden fall wir hätten dann eben zweimal leben mehr zweimal gas mehr und 25 gas und 25 angriff ist natürlich schon echt eine bank ne also draw me gene auf jeden fall eine sehr sehr starke combo die weh tut und ja der ein oder andere sollte die sich holen das letzte hier espresso shot teddy ist natürlich die letzte rotze hier mal wieder hier mit einem teddy und espresso interessant eben diese espresso karte da gibt es kombos die seht ihr in eurem ganzen leben nicht aber weiß nicht das ist wie so ein easter egg hier von congregate ja wenn euch das video gefallen hat also erstmal mein heutiger favorite hier tatsächlich draw me gene mega geil interessant roger in disguise unter umständen ansonsten völliger käse wenn es euch gefallen hat lasst mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare aboniert den kanal und schreibt es mal wieder alles animation through oder mit mir wenn gleich schaut rein macht es gut bis dann und tschüss tschüss